Wir erleben Personen, die mit Autorität sprechen. Sie verdienen Respekt und sie zeigen Sicherheit. Wenn du diesen Einfluss auf andere haben möchtest, probiere das. 1. Setze dir ein Ziel. Wisse, was du mit deinen Botschaften erreichen möchtest. 2. Sei klar. Formuliere kurze Sätze. Sie sind leichter zu verstehen. 3. Sei entschlossen. Verwende keine Ausdrücke wie vielleicht ich denke oder ich bin mir nicht sicher. Sie entsprechen die Botschaft. 4. Genesse die Stille. Sprich weniger. So hörst du zu, lernst und denkst, bevor du widersprichst. Glaubst du, dass das Sprechen mit Autoritäten geworden ist oder erlernt werden kann? Lass es mich in den Kommentaren wissen. bist du gut? Das hat es mich in der denn'